Wegen drastischer Lieferprobleme des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca stoppt Thüringen vorerst die Terminvergabe für Impfungen. Bis Ende nächster Woche erwartet das Land statt 31.200 nur noch 9.600 Impfdosen. Der britisch-schwedische Pharmakonzern hatte zuvor angekündigt, unter anderem wegen Exportbeschränkungen nur noch 100 Mio. Dosen bis Mitte des Jahres an die EU-Staaten liefern zu können. Zuletzt waren 220 Mio. erwartet worden.